hallo ich grüße euch überall von wo auch immer ihr uns zuschaut hier einen schönen gruß aus dem stofflader in tinge es ist wieder dienstag und wir haben live für euch das heißt wir ich bin heute alleine für euch da die evie kommt erst später ins geschäft und sie hat gesagt josi macht es alleine bestimmt auch in ordnung so also ich habe heute noch mal ein bisschen in die in die tiefen der tische geschaut und habe euch tatsächlich ein bisschen strick mitgebracht ein bisschen strick und was zum kombinieren dazu weil also hier bei uns ist es so die tage sind wunderbar richtig heiß wir haben richtig sommer aber abends so ab 21 22 uhr ist es doch schön nett wenn man so ein jäckchen dabei hat oder so weil gott sei dank sind die nächte kühl und man kann wunderbar schlafen aber das heißt natürlich ich brauche denn für den sommerabend wenn ich unterwegs bin einfach noch was schickes bestricktes oben drüber und da stricken ja etwas länger geht aber das machen wir ja auch gerne aber schnell gestrickt heißt mit strickstoff einfach was genäht was kurzes jäckchen und pulli oder so und dann hat man das immer passend dabei also heute strickstoff und auch ein paar kombis dazu und ich fange gleich an mit einer super tollen kombi die ich persönlich richtig richtig schön finde vielleicht weil ich heute pinkfarbene ohrringe an habe ich weiß nicht genau aber schaut mal wenn ich das ist die erste kombi die ich euch zeige hallo hallo nach berlin hallo sabine schön dass ihr alle da seid hallo freut mich so die erste kombi ist diese hier das ist ein baumwoll strick und das ist eine viskose aber da es ja um strick geht da sage ich euch jetzt einfach irgendwas zu dem strick das ist ein baumwoll ripp strick der sieht auch richtig gestrickt aus da ist nämlich die masche richtig gut sichtbar so ist der strick richtig schön dehnbar also ein richtiger sieht ein bisschen aus wie so ein patent wie so ein patent strick so sieht er aus und hat wieder eine wunderschöne franzenkante die man auch wieder benutzen kann das wäre zum beispiel auch was was ich zu meinem kleid tragen könnte da sind auch diese lila diese lila töne sind da drauf und also sich einfach wunderschön so und die kante könnte man zum beispiel auch abschneiden und als saum nehmen oder man kann ja auch andersrum verarbeitet das spielte keine rolle ein baumwollstrick ich gucke gerade mal in die geheimnisse hinein ein baumwollstrick mit 97 prozent baumwolle und die drei prozent sind natürlich elastan damit die geschichte so ein bisschen ein bisschen eine formstabilität kriegt damit es nicht nur aus baumwolle ist also drei prozent elastan 97 prozent baumwolle mit dieser wunderschönen franzenkante und der preis ist 21 euro 90 21 euro 90 für diesen schönen strickstoff ob ihr jetzt da was mit angeschnitten als fledermaus macht zum beispiel ganz kurz über ein kleid oder ihr macht eine schlumperjacke das von der katja schlumperjacke geht auch geht einfach schön lang hallo evie hallo marcella sind alle da wunderbar die haben bestimmt alles festbrot in der hand und ich bin jetzt hier am erzählen wunderbar entspannt euch und guckt zu jäckchen pulli wie gesagt schlumperjacke von der katja oder eben so ein kurzes teil mit angeschnittenem arm geht alles drunter drüber dazu wirklich wunderschön 21 euro 90 97 prozent baumwolle und drei prozent elastan und es wäre ja nicht richtig wenn ich etwas dazu kombiniert hätte weil das mache ich ja fast immer und ich habe hier eine wunderschöne viskose passt von der farbe ganz toll ihr könnt aus dem viskosestoff ein kleid machen ihr könnt eine bluse machen ihr könnt eine weite hose und ein oberteil machen dann sieht es aus wie ein overall whatever aber zweiteilig ist immer eigentlich bequemer davon habe ich noch und dieser stoff ist aus dem seel aus dem seel ganz viele unserer seelprodukte sind jetzt nicht 20 nicht 30 oder 40 prozent reduziert sondern wir haben sie auf die hälfte vom originalpreis reduziert auch diese hier geht für 50 prozent über den laden tisch und das reicht bestimmt noch für so eine hose und für ein knappes oberteil also für ein so ein projekt oder für so ein langes sommerkleid oder so geht es auch noch wunderschön schwarz grundig ist immer rassig passt super toll zu dem strick genau und der hier war einmal für 16,90 euro und davon geht dann 50 prozent ab also ich weiß nicht eigentlich darf man das ja zu dem preis gar nicht verkaufen aber wie gesagt das ist noch ein rest vielleicht sind es nur zwei meter zweieinhalb meter auch den biete ich euch heute an der ist im seel für 50 prozent statt 16,90 euro nur noch die hälfte und passt wunderbar zu diesem strick das war kombi nummer eins ich räume das mal weg kombi nummer zwei ist immer noch sehr sehr sommerlich ich zeige euch jetzt den strick das ist nämlich dasselbe wie gerade eben aber wir haben ein wunderschönes limetten gelb seht ihr das selbe qualität auch wieder diese rippe wirklich wunderschön wunderschöne franzenkante die man auch ganz toll zum einsatz bringen kann wo auch immer man die wieder anbringen kann 97 prozent baumwolle 3 prozent elastan und ganz tolle farbe ganz tolle farbe die man natürlich auch in den herbst und in den winter rein retten kann wenn ihr jetzt was schwarzes an habt oder was dunkles und sieht so ein limetten grünes gelbes teil dazu an also schwarze hose schwarzes oberteil t-shirt ein kurzpulli also so was ganz kurzes geht gerade so bis unter die brust aus diesem limetten grün und es sieht einfach genial aus dieses limetten grün gelb leuchtet dann noch viel viel mehr weil schwarz immer die farben zum leuchten bringen habt ihr beim anderen stoff vorhin gezeigt gesehen aber limetten gelb grün baumwolle mit drei prozent elastan und 21 euro 90 und da habe ich auch ein stoff ein viskose stoff aus seel gefunden also der ist wieder reduziert und ich habe euch ein bisschen ohne mitgebracht schaut mal da weiß grundige viskose gewebe mit seestern und dieser seestern passt genau von der farbe zu unserem grünen strick also wunderbar seesterne auf weißem grund ein ganz tolles stoff auch wie gesagt die stricks sachen sind regulär für 21 euro 90 diese hier ist wieder aus unserem sammersehen und der ist auf dem tisch gelegen wo 50 prozent drauf stand und der originalpreis war 21 euro 90 und auch das ist noch für ein projekt vielleicht sind es auch zwei meter plus minus hier ganz tolle weiße viskose mit seesternen drauf also jetzt könnt ihr den noch habe noch habe ich ihn im lade aber wie gesagt der erste der der dann in anspruch oder wenn bestellt dann ist natürlich weg und das ist nur noch nicht mehr viel stillsterne mit dem geld und natürlich jäckchen oder was auch immer in diesem grün gelb dazu wunderbar seid einfach noch für viele viele tage und wochen einfach gut angezogen und rettet im sommer ein bisschen auch noch in die nächste in die nächste zeit hinaus so wenn ihr mich fragen sollte diesen stoff den gibt es nicht und auch das schnittmuster habe ich nicht weil das schnittmuster habe ich irgendwann vor vielen vielen jahren wer mich kennt weiß dass er schon seit jahrzehnten nähe irgendwann habe ich das irgendwo entdeckt habe es mir abgezeichnet und habe es nachgenäht ich weiß nicht woher es ist schon ewig her und diesen stoff den habe ich tatsächlich von meiner schwiegermutter geschenkt bekommen weil ich habe das glück eine schwiegermutter gekriegt zu haben die auch mit leidenschaft immer genäht hat und wenn die unterwegs waren hat er einen tollen stoff gefunden hat sie mir den mitgebracht als es ist eine viskose und wunderschön aber die gibt es so nicht aber wir haben ganz viele andere schöne viskose sommerstoffe hier im laden nur einfach damit ich es gesagt habe ich habe die nächste kombi die nächste kombi ist ein wenig ein wenig herbstlicher ich zeige euch was anderes ich habe gerade was anderes was anderes gesehen habe gerade was anderes gesehen da muss ich die seesterne noch mal holen weil das passt wirklich auch ganz ganz toll habe so ein bisschen spezielle strickstoffe mitgebracht und das ist ein ganz feiner viskose strick dass ich mal gucken mit acht prozent elastan dieser hier und der passt wunderbar zu meinem seestern aber der hat noch eine besonderheit ihr seht das schon der ich in diesem hummerrot in diesem orange rot und dem gelb und zwar ist der beides die eine seite ist gelb und die andere seite ist dieses orange rot und wie ihr seht passt es wunderbar zu diesen seestern auf diesem viskose das ist der reduzierte 50 prozent von 21 euro und 90 der ist 50 prozent und der ist regulär ein viskose strick ein ganz leichter viskose strick double face also wirklich ganz ganz toll für alle sachen die so ein bisschen aufstehen und und der preis ist auch 21 euro 90 es würde sogar hier zu passen schaut mal das passt da zu dem träger also könnte man wunderbar ein kleines jäckchen ein bolero jäckchen oder ein leichtes ein leichtes shirt sondern so strick shirt wie auch immer in lang oder in kurz also wirklich eine tolle eine tolle qualität und wir haben hier 92 prozent viskose acht prozent elastanisch also wirklich sehr sehr formstabil und für 21 euro 90 so ein double face ein ganz dünner strick finde ich sensationell ist ganz ganz anschmiegsam ganz weich also wirklich super schön so jetzt kann ich den sommer die sommerstoffe ein bisschen auf die seite legen jetzt komme ich zu dem zu der einen kombi die so ein bisschen herbstlicher ist weil wir haben ja immerhin heute der 6 august 6 august man sagt immer im august geht der sommer zu ende bei uns hat er jetzt ja ende juli erst angefangen und wir gönnen uns noch ein bisschen sommer und denke aber trotzdem auch ein bisschen weiter diesen wunderschönen strick den ich euch gerade gezeigt habe gibt es noch in diesem hellgrau wieder dieselbe geschichte schaut mal da seht ihr die maschengröße ist also wirklich so richtig gestrickt hat elastan und wieder diese wunderschöne franze also auch dieses grau ist also eine ganz ganz neutrale farbe ihr könnt die mit allem tragen das ist dann so ein teil wo man sagt okay keine passende jacke ich nehme die graue mit direkt und die passt für alles grau 21 euro 90 mit drei prozent elastan und da habe ich euch ein regulärer reguläriges große jersey dazu rausgesucht schaut mal der hat auch der hat so ach seht einfach selber ein wunderschönes muster schwarz grundig mit etwas pastell pastell farben sieht ein bisschen auf aus wie aufgenähte aufgenähte bänder passt aber wunderbar von der farbe hier zu meinem grauen strick sieht wirklich wunderschön aus kann man gut kombinieren macht daraus ein enges kleidchen oder oder ein schönes shirt und dann tut ihr einfach eine jacke dazu kombinieren dazu eine graue jacke und es sieht richtig schön aus und das ist eine richtig schöne eine schöne angenehme viskose jersey qualität da könnte man sich auch eine schöne weite hose und das shirt dazu machen wie gesagt wieder zweiteilig als overall getragen oder jedes für sich halt mit mit einer schwarzen oder grauen kombi könnte richtig gut machen der der strick ist immer noch für 21 90 ich glaube die 21 90 die 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 hat es heute irgendwie die habe ich heute auf dem tisch 21 euro 90 dieser strick und dieser viskose jersey ist für 36 euro 90 36 euro 90 mit diesem wunderschönen der ist von hilco eine ganz ganz tolle qualität und der hat sieben prozent elastan sieben prozent elastan und da sind wir mit 36 euro 90 für den meter zu haben ich schmeiße den einfach hinter mich da sind wir so jetzt habe ich noch ein paar spezialitäten habe einfach ein paar spezialitäten ausgesucht ein bisschen was was man nicht alle tage zu gesicht bekommt und die zeige ich euch jetzt einfach auch noch damit ihr auch bestrickt durch den tag geht so die eine geschichte ist eine zacken eine zackenware gestrickt zacken mit braun beige und weiß und die rechte seite ist eigentlich diese hier schaut mal so sieht das aus ein bisschen missoni style ist mit löchern gestrickt und ist ganz ganz tolle geschichte wo man auch kleider oder so ein leichter lange mantel wo man überall irgendwas drüber anziehen kann so ein hüllenmantel so lange oder ihr macht eine coole hose draus also tatsächlich diese diese hosen mit diesen mit den löchern finde ich super cool und das ist natürlich auch die geschichte jacke jäckchen pullover in den herbst hinein weil das ist braun beige weiß sind natürlich wieder die farben die uns auch weiterhin begleiten in die nächste jahreszeit und wir haben da 65 prozent polyester und 35 prozent viskose das heißt wir sind ja auch sehr sehr formstabil und pflegeleicht unterwegs und der preis ist 39 euro 90 39 euro 90 und der ist 1 meter 60 breit fast ist also eine tolle breite und ich zeige euch nochmal so sieht er aus 39 euro 90 für dieses braun beige so ähnliches habe ich noch es passt wieder zu meinem kleid diese blautöne sind genau diese blautöne wie dieser schmetterlinge über meiner brust zufällig aber es ist ein strick es ist wieder strick so ähnlich wie das was ich euch gerade gezeigt habe in streifen und ich würde den strick wahrscheinlich so rum verarbeiten ich würde den so rum nehmen und dann wirklich vielleicht die hose die hose oder schmale rock so rum verarbeitet und dann das top oben drüber quer also man kann wirklich wunderbar spielen und es gibt einfach so ganz ganz spezielle ganz spezielle teile die nur ihr habt und alle werden sagen boah wo ist denn das teil her sieht der cool aus und dann kann man einfach so ganz lästig sagen das habe ich selber gemacht das ist aber schön sagen die leute dann danke für die komplimente und das sind immer sachen die ich gerne höre und das macht einfach spaß ihr bestimmt auch also wieder die 67 prozent 67 prozent 65 prozent polyester 35 prozent viskose viskose 39 euro für dieses schöne ganz spezielle stöckchen oder oder längs genommen mit diesem loch so sieht das aus und die formstabilität ist eben gegeben weil es doch viel polyester drin ist und dann bleibt es einfach auch formstabil das wäre mit einer reinen baumwolle nicht möglich die wird dann schwer und sackig und dann hat man zwar eine tolle baumwollqualität aber sie wird einfach unansehnlich und dann hat man sich viel mühe gemacht und da ja so viele löcher drin sind ist es ja dann trotzdem luftig und man kann was ganz tolles draus machen 39,90 Euro für diese qualität so sieht es aus so ich habe noch zwei, drei Hallo Christian, einen schönen Gruß nach Mettech ich kann das nicht aussprechen Christian unser Kollege aus Trier jetzt kommt es so diese zwei Stoffe passen wunderbar zusammen beides Strick beides so ein bisschen Flamegan das seht ihr hier und dieses Lila ist genau das Lila das da drin ist ja Lila hier zwei ganz ganz feine Strickstoffe die man als Twinset verarbeiten kann eins drunter eins drüber super lässig super schön und wie gesagt da ja in diesem bunten ja auch noch grün und pink und so drin ist hat man dann ganz viele andere Sachen wo man kombinieren kann ähm ich guck grad mal ob das beides dieselbe Qualität ist ja wir reden von 54 Prozent Viskose und 56 Prozent Polyester und der Preis ist bei diesem einfarbigen ähm 12,90 Euro 12,90 Euro für dieses wunderschöne Gestrickte in diesem Flame es ist ganz dünn ihr seht schon es ist fast transparent hier also wirklich eine ganz ganz leichte weiche Strickware da seht ihr meine Hand kann man wie so ein Shirt verarbeiten ist wunderschön und ich finde unschlagbar 12,90 Euro schaut mal 12,90 Euro für diesen wunderschönen Stoff in dem Lila und der passt ganz toll zu meinem Blümchen und das ist auch wieder mit mit ähm 54 Prozent Polyester und 46 Prozent andersrum 54 Viskose 46 Prozent Polyester und auch das so eine ganz weiche Ware auch dieses Flamegarn das seht ihr sind dicke so Verdickungen im Garn das macht diesen speziellen Effekt und das ist jetzt bedruckt und dieser bedruckte Stoff kostet 16,90 Euro und da ist dieses wunderschöne Maigrün etwas dunkleres Grün Pink ist drin Lila in unterschiedlichen Variationen und da könnt ihr natürlich alles wunderbar kombinieren hm meine Ohrringe gehen auch seht ihr das? die passen auch dazu also wunderbar einfach ein Accessoire was die Farbe mitnimmt und dann habt ihr einfach ein ganz tolles Teil oder ihr verarbeitet zusammen drunter und drüber wie auch immer gibt es ganz ganz viele Möglichkeiten und da könnt ihr einfach eure Fantasie wie gesagt den einfarbigen für 12,90 Euro habe ich noch in 2-3 anderen Farben da und den bunten gibt es nur in der Variante für 16,90 Euro so da habe ich noch genau 2 Stück für euch die sind auch so ganz speziell ich habe einfach gedacht ich suche euch so ein bisschen spezielle Stricksachen raus damit man da auch ja weil man man kennt immer nur die einfarbigen Stricksachen aber es gibt so viele schöne ich habe euch jetzt schon ein paar gezeigt auch ein Double Face und der nächste den ich euch zeigte hat auch 2 Gesichter 2 Seiten wir haben ja auch alle 2 schöne Seiten wir haben nur schöne Seiten wir Frauen und die Männer natürlich auch und wir haben eine lilane Seite und eine graue Seite und eine graue Seite das ist so lila und grau es ist so ein bisschen eine Melange eine Melange Geschichte und es ist ein wunderschönes wunderschönes lila Melange und dann ist die andere Seite grau auch ein ganz leichter feiner Strick ich gucke gerade mal nach den Inhaltsstoffen Zusatzstoffe Inhaltsstoffe genau und wir haben 65% Viskose und 35% Polyester der Preis ist 33,90 Euro 33,90 Euro das ist ein Gestrick aus Viskose und 35% Polyester zeige ich euch nochmal von nahe so sieht der aus in lila Melange und grau Melange passt natürlich super schön zusammen und da könnt ihr natürlich auch ein Teil so und ein Teil so könnt ihr auch ein Twinset draus machen oder Ärmel oder wie auch immer einfach andersrum drehen Aufschläge machen da gibt es ganz viele Möglichkeiten da ist jetzt aber kein Elastan drin das heißt er ist elastisch vom Strick und über die Polyester Beigabe ist es natürlich auch sehr formstabil aber es ist nicht extra Elastan drin das heißt ihr müsst beim Verarbeiten ein bisschen darauf achten dass er nicht ganz so elastisch ist wie jetzt zum Beispiel in Viskose Jersey oder so ist trotzdem elastisch schaut mal so aber natürlich nicht so mega mega gummerig wie jetzt ein Elastan also ein Viskose wie jetzt ein Jersey mit Elastan aber wunderschön wunderschön kann ich nur empfehlen wirklich tolle Farben kann man jetzt auch im Herbst auch tragen oder wie auch immer wirklich wunderschön ein bisschen Melange Melange Dingens Kirche und er ist von Toptex er ist 1,70 Meter breit und der Preis ist 33,90 Euro 33,90 Euro für diese wunderschöne zweifarbige Geschichte und das war der vorletzte und allerletzte der hat Streifen der hat Streifen und dann sind die Streifen irgendwie zu einer Biese zusammengenäht also zumindest sieht das so aus und der hat wunderschöne Farben und der sieht so aus das ist in einem Lila und in einem Orange Ocker irgendwie gestreift gestrickt und dann gibt es da so eine Biese und das ist die eine Seite und auf der anderen Seite sieht die Biese aus wie so ein bisschen Lochmuster das sieht aber auch sehr interessant aus also ich würde mich jetzt nicht festlegen wollen welche Seite ich schöner finde diese mit der Biese oder diese mit dem Lochmuster ich würde sagen sie sind beide sehr attraktiv und die Frau oder der Mann müsste sich dann einfach selber entscheiden welche Farbe man zum Vorschein kommen lassen will es ist ein gestrickt das farbig gestrickt ist deswegen sind die Farben auf beiden Seiten gleich nur auf der einen Seite gibt es eine Biese und auf der einen Seite gibt es dann dieses gesteppte wie so ein Lochmuster wunderschöner Stoff sieht toll aus die Biesen sind so ein bisschen diagonal schau mal so sieht der aus so wenn man den so sieht sieht es ein bisschen aus wie eine Raute und so ähnlich sieht er auch aus weil die Streifen in die eine Richtung gehen die Biesen in die andere Richtung einfach ein ganz spezieller Stoff ich gucke mal was da drauf steht es ist auch 65% Viskose und 35% Polyester so wie der Double Face Jersey den ich euch gezeigt habe und wir haben einen Preis von 32,90 Euro eine Stoffbreite von 1,50 Meter für dieses Schätzchen für diesen speziellen Stoff den letzten für heute so sieht es aus das ist der letzte Strickstoff den ich euch gezeigt habe sind zwei, drei Sachen aus dem See dabei gewesen die zwei Viskose Stoffe die ich euch ganz am Anfang gezeigt habe da habe ich nur noch eben so ein Stück wo man jetzt noch was machen kann also wenn euch das gefällt die sind 50% reduziert gewesen die zwei das ist der hier das ist der hier ich zeige sie einfach hier an und wo bist denn diese zwei diese zwei diese zwei waren aus dem Sommersee für 25% reduziert diese hier 21,90 50% ab und der war ich glaube den Preis kann ich gar nicht mehr aussprechen 16,90 Euro und der ist auch 50% reduziert und die sind nochmal je 2 Meter oder 2,50 Meter auf jedem drauf die zwei aus dem Sommersee alles andere ist regulär ich hoffe ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen und vielleicht ist euch einer oder andere dabei was ihr gerne haben möchtet dann kommt einfach bei uns vorbei in den Laden wir haben auch jetzt im August ganz normale Öffnungszeiten von 10 bis um 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sind wir für euch da am Samstag von 10 bis 14 Uhr so sehen wir hier oder ansonsten kontaktiert uns geht auf unsere Homepage handgemachtetfachfrauen.style und da könnt ihr schauen gibt es über WhatsApp oder über Mail könnt ihr uns kontaktieren natürlich über Instagram die Sachen erreichen uns auch und wir würden euch dann die Stoffe eurer Wahl auch innerhalb von Deutschland gerne zuschicken das ist überhaupt kein Problem machen wir fast jeden Tag und das klappt immer ganz gut eigentlich wir sind immer guter Dinge und unsere Kunden geben immer ganz ganz viel positive Resonanz zurück in diesem Sinne wenn euch das gefallen hat lasst mir gerne ein Sternchen oder ein Herzchen da da würde ich mich sehr sehr freuen wenn ihr euch das später anschaut dann gerne auch einen Kommentar oder einfach so eine positive Resonanz würde mir sehr sehr gut tun in diesem Sinne wünsche ich euch einen charmanten Tag eine angenehme Woche und wir sehen uns bald auf diesem Kanal Tschüss ihr Lieben wir sehen uns bald auf dem wir sehen uns bald auf dem wir sehen uns bald auf dem den Kanal